Hi, mein Name ist Peter Fram und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer und die hat es diesmal so richtig in sich. Und zwar, hallo Herr Fram, was ist eigentlich aus Ihrem orangenen Hintergrund geworden? Ist er etwa in der Reinigung? Ja, vielen Dank für diese super wichtige Frage. Ich sag mal so, ihr wisst ja wie es läuft, ja immer aufs nächste höhere Level. Das ist im Moment das nächste höhere Level und wer weiß, was als nächstes passiert. Wundert euch also nicht, wenn demnächst hier Giraffen, Elefanten und lebendige Säbelzahntiger im Hintergrund rumspringen. Und dann kommen Dinosaurier und das nächste wird dann im Fallschirmspringen gedreht und so weiter und so weiter. Ihr wisst ja wie es läuft, immer aufs nächste höhere Level. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal die große Rückkehr des orangenen Hintergrunds, wenn er dann irgendwann aus der Reinigung zurück ist. Also bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao.